Ah! Fehler! Hilfe! Hilfe! Aua, ah, ah! Verdammt! Verdammt! Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ah, nochmal alles von vorne, na klar. Ja, du mich auch. Den Was ist nur nochefuig. Es ist weiter. Scheiße! Komm schon! Yeah! Diesmal hab ich getroffen. Nichts hält mich auf! Habt ihr gehört? Nichts hält mich auf. Nothing. Lara! Lara, kletter rüber! Na los! Lauf zu, Ross. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir! Bitte, vertrau mir! Geh! Achso, ich muss wahrscheinlich einen Fluch aufheben, um von der Insel runterzukommen und weiß noch nicht wie. Deswegen hat sie gesagt, steig nicht in den Helikopter. Okay. Bergungsgut. Granaten. Kann ich nicht mehr nehmen, bin voll. Los geht's! Oh, oh. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Ah, ah, ah. What the... What the... Man. Tomb Raider ist ein Scheißspiel irgendwie. Das ist ja total hinterlistig. Man weiß nie, was passiert. Ach, was. Oh nein. Sie dürfen nicht in den Helikopter steigen. Und warum nicht? Oh. Ich glaube, ich bin schon wieder verletzt. Scheiße, ich muss wieder rennen. Irgendwie. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Warte. Das geht. Stirb. So. Spring. 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 Und nochmal. Oh, fuck. Verdammt. Erklimmen Sie den Turm. Ich bin unterwegs. Alles hier brennt. Komm schon. Ich bin ein Parcours-Läufer. Irgendwie. Komm. Boah. Boah. Schnell reagieren. Laufen, laufen, springen. Hoch mit dir. Hoch, 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 hoch. Das ist jetzt Action über Action. Und nochmal. Ich bin doch oben. Kletter. Kletter, kletter. Oh mein Gott. Da ist der Heli. Ich seh's am Licht. Das schaffen wir. Was ist los? Laufen. Komm schon. Und springen. Und springen. Ja, wir haben's geschafft. Laura, wir können sie nicht zurücklassen. Wir müssen landen. Oder der Schoen bringt uns zum Abschluss. Wir können nicht weg. Wir können sie nicht zurücklassen Wir müssen landen Keine Chance, ziehen wir nach draußen Wir können sie nicht zurücklassen Ich hab's kaum bis hierher geschafft Runter Er fällt auseinander Na los Scheiße, sie sind verrückt Es geht los Nein Nein Ja, komm schon Ich hab gedacht, das war's jetzt Ach ja, ich nehm an, jetzt geht's erst richtig los Natürlich ist dein Bein am Arsch Oh nein, Lara ist tot Du Ekliger Mach deine Lippen weg Hör auf mich Voll uncool Du Grabscher, du alter Na komm schon, los Da bist du Da bist du Na komm Wer Wer hätte geahnt, dass der Helikopter explodiert Außer Alle Oh nein Da sind sie Lass mich, ich zerstör ihn Wo ist der Typ mit der Axt Ron 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 Ich hab das da nie Oh je, die Arme, jetzt ist sie wieder ganz allein, oh man, hat der Matthias jetzt überlebt? Matthias, Matthias, wie nein, achso, oh, sorry. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht, hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur, Ross, was sollen wir nur ohne ihn machen? Alter, ich bin Lara, ich bin die Heldin im Spiel. Er starb als Krieger und so soll er von uns gehen. Natürlich geht es immer nur um mich, ich bin die Hauptprotagonistin, mit einer etwas tieferen Stimme. Oh je. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also, versuch es wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara, sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spiegeln, okay? Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertraue ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Ich will der lockeren Frau einen Stein in die Fresse werfen. Die regt mich auf. Du weißt, wo wir sind. Die Reyes. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Scheiße, jetzt bin ich ganz alleine auf mich gestellt. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleiner. Du musst ihm nur vertrauen. Und die deutsche Synchronsprecherin ist auch voll heiß. Ich glaube, Nora heißt die. Bin mir nicht sicher. Was geht? Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Apropos... Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Apropos Synchronsprecherin. Oh, taktische Pistole erhalten. Apropos Synchronsprecherin. Ich habe jemanden so aus der Community, den ich so übers Internet kenne, nicht persönlich, aber übers... Ah, ah, ah. Ich habe mir einen Fuß verbrannt. Den ich übers Internet kenne. Und ich würde einfach sagen, falls ihr euch für die Synchronsprecher interessiert, von Animes, Film, Games und so, ähm... Gebt mal bei YouTube ein, sag mal TV. Der hat schon Interviews mit der deutschen Stimme von Jennifer Aniston gemacht, von Yam Chu, von Thales und so, von Gohan, Sandro Blümel, also von Gohan, Jung, äh, Kind und Teen. Später ist es, glaube ich, eine andere Stimme. Was? Die Stren bringen mich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Okay. Oh, ich hab wieder neue Sachen. Brandmunition. Ich glaub, ich spare noch ein bisschen. Auf, ähm... Auf die Brandmunition. Will ich sparen. Noch kommen wir ja klar, so wie's aussieht.